Was? Finkelpause oder was? Kleine Pause wäre schön. Ok. Ja, gut. Ja, aber mach schon mal Raum auf, Feier. Ja. Äh, das geht dann auch so much los, ich mach das gleich, ich geh schnell. Ja. Da läuft die Zeit ab, Joker. Achso, du. Ja, stimmt. Läuft da die Zeit schon ab. Ja, ja, wenn du eine aufmachst, läuft die ab. Jo. Ja, ja. Ja, gut, dann geh ich so lange jetzt hier für diesen. Ich guck so lange Elbkreim. Frankfurt 1, ich, ich kombi diese Upgrades da. Für den Ball und so, das kann ich auch den Zuschauern mal zeigen, so lange wir eh Pause machen. deutschlandscheiden subtle current. Thank you. Upgrade, auf geht's. Hä, wieso sind die hier nicht hier? Wo hol ich mir denn so eine Sonnenbrille und sowas? Hä, wo kannst du das denn kaufen? Ich bin beim Upgrade-Store, aber wo kannst du das kaufen? Warte mal. Enter, Fahrstuhl. Hä. Drück mal Escape. Geht dann auf Appearance. Ja. Und dort könnt ihr das alles kaufen. Achso. Outfit. Ein Skelett. Nichts gefundenes Zeug da an. Ach da, Glasses, Head, Uhr. Haha, ich hoffe, ich habe hier was cooles hier. Wo kann man sich das für den Ball kaufen? Ja, das kannst du dem dann anziehen, wenn du das gekauft hast. Ah, okay. Du kannst das hier selber anziehen und den Ball. Ah, die Krone, die muss doch sein. als ob so eine Papierkrone eine Millionen wert ist. Guck mal, so eine Papierkrone, ne? Die kostet 2 Millionen Euro. Was ist denn das für ein Blödsinn? Was geht denn mit dir jetzt ab, Feuer? Wo bin ich jetzt? Weiß nicht, sieht alles nicht cool aus. Partikel. Macaroni. Hä? Nein. Jawoll, wir haben Macaroni gekauft. So, wo habe ich jetzt mein Tünnis? Hä? Glasabondos. Wo ist denn jetzt mein, mein, mein Tünnis? Ich hab hier einen RC-Golf-Card, wo kann ich das denn hinpacken? Ähm, auf dein Inventar. Drück mal Q. Wo? Was? Q gedrückt hat, dann auf dein Inventar oder so. Irgendwo da muss das sein. Dein RC-Card, dann muss das erquitten oder so und dann. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen Hund. Folgt der mir jetzt immer zu, der Hund, oder wie kann ich den ausrüsten? Ja. Wo ist der Hund jetzt? Was? So, wo, wo bin ich jetzt selber? Hä? Wo bin ich denn? Wo, wo sehe ich jetzt meinen, meinen Freak jetzt? Seh ich grad bin. Fabi. Was denn? Mein, nicht selber, mein, mein Avatar. Hä, wie kann ich denn jetzt meinen Hund rausholen? Raus du, Maus-Hard. Scroll. Hä? Nein. Freya, wo ist mein Hund? Weiß ich doch nicht mal. Boah Mann, was fragt ihr mich alles, ey? Was ist mit euch, Mann? Schön für dich. Find doch mal selber was raus. Ja, woher soll ich das wissen? Ich hab den Hund gekauft, der ist nicht mehr im Inventar. Was soll ich jetzt machen? Weiß ich doch nicht. Geh dich ja schießen. Du musst K drücken. Ah, Playermodell. K ist umbringen. Hat doch gar nicht umgebracht. Ja, was hat's jetzt gebracht? Ja, wir machen's jetzt nen Hund raus. Weiß ich nicht. Bei dir ist ja immer draußen gewesen. Ich join doch grad dem Plaza, mein Gott. Ich muss das doch erstmal selber sehen. Nervt doch nicht. Ah, ich bin jetzt erstmal in der Welt. Wenn du's wissen willst, kostet 5 Euro. Warte mal eben kurz gucken. Was bist'n du, Fire? Dein Vater. Sag doch mal, wie geht das? Warte nochmal! Ja, guck, du hast dein Hund hier direkt. So. Ja, warte mal. Halt mal Q gedrückt. Ja. Und dann geh mal auf Pets. Wo soll denn das Pets sein? Ja, wenn du eine Q gedrückt hältst, dann bist du doch... Da ist kein Pets. Da ist Toys und Special. Dann hast du auch keinen Hund gekauft. Ich hab'n Hund. Oder muss ich neu starten? Oder geh auf die, äh, geh auf die Kappe dort. Was für ne Kappe? Wo du auch das Assi-Ufo hast. Sag ich bei Toys oder nicht? Hä, was meinst du, was für Kappe? Oh, du siehst, wenn du Q drückst, siehst du doch ganz rechts noch das Weapon-Hotbar, ne? Nein. Ist da ein bisschen behindert, Alter. Wo soll denn hier eine Weapon-Hotbar sein? Ganz rechts! Da ist nix, Junge! Bei der Metall-Leiste! Ja, ist immer noch nix. Ja, keine Ahnung, was da bei deinem Spiel falsch ist, Mann. Meine Fresse, Alter. Was ist mit dir jetzt los? Kann ich dir auch nicht helfen. So, ich hab' fertig. Ach, meinst du das Zahnrad oder was? Ach, hier, Pets, okay. Wie rüsst dich das jetzt aus? Ja, hier, Pets, ja. Hä, ich hab' auch Melon-Spirits. Was ist denn das? Ja, das ist aber oben bei mir. Nicht unten rechts. Ja, soll doch oben sein. Oben ist doch dein Elementar. Deine Leiste. Hä, und wie hole ich jetzt dieses Melon raus, Alter? Du mocht's net. Dann ist das schon mal gammlig. Aber meine Kugel wird nachher lustig aussehen, wenn wir spielen. Okay, der Hund folgt mir aber. Jawoll. Kann der auch fliegen? Ja, der fliegt mit mir, komm. Haha, der fliegt immer runter. Haha, der Hund fliegt immer runter. Jawoll, der fliegt mit mir aber. Oh. Es gibt doch noch andere Pets, oder nicht? Außer jetzt die vom Toy Stop. Ja, hier kannst du Likör kaufen, wie cool. Ich hole mir Wodka. Kannst du generell Alkohol kaufen, Wodka und so. Whisky. Da kannst du dich besaufen, dann ist dein Avatar wirklich besoffen und kostet alles voll. Jawoll, Alter, müssen wir mal saufen, Feier. Ja, nee. Natürlich, wir müssen auch mal durch Alltagsstress so... Musst du bei dir im Konto machen. Müssen wir so dem Alltagsstress entgehen. Was haben die noch so an Alkohol? Wein haben sie auch. Bier. Gucken wir mal, was sie an Bier haben. Get drunk with friends. 18 drinks. Oh, ein Woodcack. Hoppfeuer. Holen wir uns. Zweimal. Ich hab halt so viel Geld, Alter, hier. Money, money, rich. Also ich will mir eigentlich dieses Konto da kaufen. Wie viel hast du denn? Ich hab 100.000. Ja, da brauchst du noch 100.000. 450.000 kostet dieses eine Konto. Schatz mal ins Casino wieder gehst. Was für Lichter ist mir zu wenig Geld, Alter. Ciao, dein... Deine Sache. Ich verdoppel's gerade. Verdoppelst du dein Geld? Hä, was ist denn das für ein Hund? LOL. Ich hab einfach irgendwas bekommen. Feier, sag mal hello zu diesem Wichser da. Dann kriegst du so einen Power-Pointer oder so. Hab ich schon. Oder was kriegt man da? Laser-Pointer hab ich, glaub ich, bekommen. Ja, die freuen sich, weil... Ja, okay. Dann... später. Hä, was kann dieser Laser-Pointer? Joker, ich hab ne Disco in Tower Unite. Jawoll. Ist so, da kann... Hol dir den Alkohol, Dennis. Seid ihr gerade auf dem Blaster? Welchen? Frankfurt. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Echt jetzt? Da sind 20 Spieler drauf. Ja und? Joker, dann kann ich dir gleich mal meine Disco zeigen, wenn du willst. Da kannst du... Da-ding! Und... Joker, Joker, warte, stopp! Was? Das zeig ich dir nachher, lass mich erst mal kaufen. Geh wieder zurück Richtung Brunnen. Siehst du mich hier oben auf dem Dach von dir aus rechts? Komm hier hoch. Hier ist es, guck mal. Loll. Cool, oder? Ja und was kriegt man dafür? Gar nichts. Ist ja voll der Schrott. Na hier ist ein Hotdog, Mann. Eva, ich laufe jetzt über die Poseidon. Haha, guck mal, ich laufe hier. Komm mit, feier. Wo bist du? Komm, steig in den Zug ein. Loll, hier kann man ja alles sehen, hier. Hier ist ein Fernglas, ne? Tschüss, ich fahre eine Runde. Ich bin nicht mal drauf, feier. Ich fahre mit. Ich bin nicht mal drauf, feier. Scheiße. Loll! Was denn? Ich fahre lieber die originale Poseidon im Europa-Park. Ja, aber das ist eine Wasserbahn. Ich bin aus der Achterbahn rausgeflogen. Tja, ich hoffe, das passiert ja auch in echt. Boah, aber das ist so smooth hier, ey. Naja. So smooth jetzt auch wieder nicht. Nein, du hast das nur in den Himmel gelobt. Das ist für ein Pflicht-Achterbahn-Spiel doch sehr smooth, ja? Sehr geil. Bestimmt hat Ole damit geholfen. Hallo, Pami. Was bist denn du für ein Kasten-Clown, Alter? Verpiss dich. Haha, Tommy Vesetti. Jawohl. Was für ein Ding? Tommy Vesetti kennst du dich nicht, oder was, du Spasti? Nee. Blöd, oder was? GTA Vice City. Feier kennt sich ja gar nicht aus. Was ist mit dir los? Ich hab Weisetti nicht gespielt. Ich hab Weisetti nicht gespielt. Der Joker Fabi hat auch noch nie eine Eisschokolade getrunken. Er wusste auch nicht, dass Fliegen kacken. Ich weiß nicht, wo Fabi im Leben vorbeigelaufen ist. Ja, Dennis, du kennst nicht mal Jumpies und du kennst glaube ich auch nicht mal die Ringlies. Wer sind die beiden? Wer sind die als Eisbauderwitz? Wer sind die als Eisbauderwitz? Das sind keine, wer sind die, das ist Essen. Was ist das? Ach so, ja, da kennst du dich doch raus, Fabi. Was soll das sein, kenn ich nicht. Gar nix, nix mit Kopf, das war's. Ja, lass uns zu seiner Disco gehen, wo auch immer die ist. Ja, wir gehen doch gleich! Stauker, ich hab, ich hab mir, ich hab Condore, ja? Und im Alltag, was ist das? In einem Kondor hab ich ne komplette Disco gebaut. Na, dann geh mal da rein. Ja, ich muss, ich steune grad in Blaser, um Alkohol zu kaufen, das geht in der Disco und besauft. Hol ganz, ganz viel, du weißt, wie viel ich da trinke. Ja, ja. Ich spam dann sofort die E-Taste, also nicht, dass dann alles sofort weg ist. Nein, ich hol die Fester. Joke, du stinkst. Was willst du, nur Feuer, fette Sau. Alter, ist hier heiß, echt witzig. Warum ist hier heiß, Alter? Weil's hier heiß ist, spül und spül schnitt. Ist gar nix hier bei uns. Wenn es warm war und weil's geregnet hat und dann kommen die ganze Dämpfe von einem heißen Asphalt, die kommen dann nach oben und ich wohne doch im 5. Stock, weil es ist hier richtig ohne. Ja, das ist bestimmt scheiße. Spring einfach raus, dann hast du kurz Wind, aber dann bist du auch ganz schnell Matsch. Feier, wir sind ja zum Glück im Keller, ne? Ja, Mann. Beste. Ja, Mann. Für mich ist saukühl, Mann. Voll in Ordnung. Du weißt ja, wie heiß es wird, ne? Du weißt ja, wie heiß es in Freiburg. Ja, ja, weiß ich. Deswegen ist alles gut hier. Hier ist es nicht mal ein bisschen warm. Ja, doch bei mir schon. Ich hab keinen Ventilator, gar nix an. Passt voll. Weißt du noch, als wir ins Kino gegangen sind, da kam eine Hitzewelle? Ja. Noch um 2 Uhr nachts. Oder wo wir den Berg hoch gegangen sind, das war einfach nur viel zu warm. Aber es hat sich gelohnt. Ja, fürs Foto auf jeden Fall. Ich hab Human Blur bekommen. Was für ein Kardon Blur. Ja, okay, ich geh jetzt so lange ins Casino. Ja, mein Blatt, ich joinne immer noch. Bei mir dauert das ewig. Upgrade Store, was ist das denn? Kalt aber nicht mehr, dank Daniel. Ja. Dann zieh ich gerade das Spiel einfach auf die SSD. Und dann müsste es schon gehen, Daniel. Ja, sollte, ne. Wenn er von der SSD lädt, dann auf jeden Fall. Oh, geil. Besser halt nur in deinen Rechner einbauen. Ja, das wird so ein bisschen, ja, das krieg ich schon hin. Jocko, du nimmst ja noch auf, oder? Naja, ich spiel hier Casino. Super Unterhaltung, oder, Feier? Hier die ganze Zeit Casino spielen. Gute Unterhaltung. Wo kam das immer? Ja, ich spiel hier mal. Ja, ich spiel hier mal. Ja, ich spiel hier mal. Ja, wenn Feier irgendwas verkackt hat. Äh, Tau United has crashed. Okay, ja, super. Wow, zehn, Alter. Was ein Scheiß. Ey, ich hatte heute irgendwie ein Weihnachtsstimmung. Ich hab heute die ganze Zeit Weihnachtsmusik gehört. Na, was? Keine Ahnung, voll Weihnachtsstimmung, Alter. Aber es hat nur kurz angehalten. Zehn Minuten. Weihnachtsstimmung im Sommer, oder was? Ja, Mann. Ich schwör. Lars, bürst du es im Sommer? Ja, bestimmt nur, weil du die Kälte wieder vermisst, ne? Ja. Hier ist es einfach so unerträglich heiß, ey. Ja, ich glaube, das Internet von uns packt schon wieder. Ich glaube, ich muss da mal... Warte mal, ich schreib mal kurz mein Dad. Einmal Route neu starten. So, Leute, ich bin gleich in der U-Bahn-Station. Ja, ich bin... Jetzt habt ihr immer noch Joints. Ja, natürlich. Das dauert auch bei mir richtig lang, weil ich keine SSD. Weil mir dauert es fünf Sekunden. Ja, du hast eine SSD, oder? Ich denk schon, ja. Also, ich weiß nicht, worauf ich das Spiel drauf hab. Ob auf der SSD oder auf nicht. Ja, wahrscheinlich würde es ein Ziel, weil sonst würde es bei dir genauso lange dauern. Ja. Deswegen. Ich habe keine SSD und deswegen dauert es bei mir über lange in Blaser zu joinen. Miese Zeiten. Ja, richtig mies, Alter. Während du lest, habe ich hier im Casino schon mich doof und dämlich verdient. Jackpot, sagst du einmal. Jackpot, Alter. Schön. Aber ich kann endlich was spinnen hier. Auf geht's. Ja, wenn die SSD ankommt, dann... Dann, dann, dann... Dann werden wir gar nicht richtig zocken. Als Dankeschön. So. Nicht schon wieder nur 20, Mann. Was ist Daniel? Ich geh ja raus aus der Maschine. Was ist das für eine Scheiße? Das ist ja voll die Abzocke hier. Ja. Was war Daniel? Als Dankeschön kannst du was anderes machen. Ich... Alter, nein. Ih. Wir nehmen immer noch auf, ihr Loser. Was ist das? Die wollen keinen Rumgeschwule haben. So weit meine ich nicht, aber... Das sind alle schwulenfeindliche Leute, glaube ich. Die wollen Joker schon abstechen, einfach nur weil er, keine Ahnung, weil er Joker ist halt. Was ist das für eine Hundescheiße, Feier. Du bist scheiße, Mann. Was ist das für eine Hundescheiße, Feier? Was ist das für eine Hundescheiße? Ja, Leute. Bin drin. Hab's auch mal geschafft. Was ist ein Triple Diamonds? Äh, Leute. Ich bin bei Projekt 12, wenn ihr mich sucht. Hä? Wo? Projekt 12? Projekt 12! Das ist einfach oben beim doch. Ja, warte. Jetzt hab ich einen Freeze. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, interessant. Äh, ja. Ich geh jetzt hoch zu Projekt 12. Du musst zum Brunnen gehen und dann siehst du schon Daniel Projekt 12 überm Fahrstuhl. Oh, das wird eigentlich sehr spannend. So, großbestellung. So, Gruppe Stellung. Ich will raus hier. Das müsste eigentlich reichen, 10 Stück, oder? Das müsste eigentlich reichen. 10 Fässer, 6,000 ist reichlich. Das fasz ist schnell leer. Das fasz ist schnell leer. Fabi, ich hab 10 Fässer, ein Fasser 36 Plinks. Ein fasz ist schnell leer. und Projekte zu wenig erwartet soll jetzt egal weil jetzt Prozent noch nicht meine Disco meiner nicht ich bin nicht da ja aber ich muss schon mal rein die Bierfässer und so hinstellen ich hoffe das klappt ich hab wieder diesen Bucket ich komme nicht auf Facebook und so nicht dass ich noch mal den Router neu starten muss ich mache mein Kondor auf mein Kondor mein Kondor ich check das Poker hier überhaupt nicht ja check ich nicht kannst auch Pokern oder ja was soll denn das sein was soll ich damit anfangen ja wie ne Poker halt hä wieso hab ich denn den den Kondor schon ich hab da nix gekauft sorry hab ich echt keinen Bock mehr auf ich hab keinen Bock auf dieses Poker so dann runter denn er schickt mir schon mal Einladungen obwohl doch ich kann nicht rein obwohl was macht er jetzt das ist das ist public du kannst rein try to join session geht nicht warte warte ich disconnect da loading main ne geht nicht ich komme auch nicht rein dann schick mir ne Einladung dann ist Einladung schicken Einladung starten starten oh voll vorst oh fatal error cool cool das ist das ist ich